Hallo meine süßen Unicorns, willkommen zurück auf meinem Kanal und ich hole euch gleich mal ein bisschen näher ran. Denn ich habe heute für euch ein neues Aufgebraucht Video. Quasi aufgebraucht jetzt im August und September. Und ich würde mal sagen, wir starten gleich mit dem Video. Aufgebraucht im August und September. So, ich habe fast aufgebraucht dieses Garnier von Skin Neutrals, dieses Reinigungswasser. Ein kleines Tröpfchen ist noch drin. Das hat einfach den Grund, ich möchte dieses Garnier Reinigungswasser testen. Im Vergleich jetzt zu dem anderen Reinigungswasser von DM Eigenmarke. Und deswegen brauche ich da noch so einen kleinen Tropfen. Da drin sind 400ml. Und nicht wundern wegen dem Krach da hinten, das ignorieren wir mal einfach, das sind nur die Nachbarn. Und die 400ml haben gekostet 3,85€. Entfernt wirksam Augenmake-up, reinigt schonend, mattiert, für Gesicht, Augenlippen, ohne Parfüm, hohe Verträglichkeit. Und, ähm, habe ich zum Abschminken immer ganz gern genommen. Geruch mittlerweile, finde ich, riecht wie so eine Uso-Flasche. Ich finde echt, es riecht so eine Mischung aus Uso, ohne Alkohol irgendwie, und Gurke, irgendwie so Uso mit Gurke. Da ist auch Alkohol drin, ja. Uso und Gurke, tolle Kombi. Ich hatte ja vorher dieses Rosane, ob das genauso gerochen hat wie Uso und Gurke, keine Ahnung. Muss ich im Nachhinein nochmal vergleichen. Würde ich es wieder kaufen? Ja. Ich habe jetzt die Eigenmarke momentan von Balea eben, DM. Die finde ich riecht sehr, sehr gut, irgendwie so nach Mandelblüten. Ich will aber auch mal jetzt, ähm, von Gallier dann danach das mit Arganöl testen. Gereinigt hat es wirklich sehr gut. Ich habe echt beim Abschminken immer das Gefühl gehabt, dass der Dreck, ähm, richtig schön rausgeht. Und im Prinzip war ich von diesem Ding hier eigentlich immer begeistert und für drei, was waren es? 3,85, kann ich es echt empfehlen. Vielleicht habt ihr das ja auch schon mal getestet, dann könnt ihr mir eure Meinung dazu auch mal sagen. Was mache ich als nächstes? Ich mache als nächstes diese tolle Flasche hier. Das ist eher mal jetzt sowas Medizinisches, weil ich auch erst krank nämlich war. Und zwar ist das eine Hexoral-Lösung. Hexoral. Die Flüssigkeit ist so rosa, schmeckt abartig. Richtig ekelhaft. 200ml sind da drin. Kostet in der Apotheke ungefähr 7 Euro. Und zwar ist es, ähm, ähm, soll man das, ähm, also so quasi gurgeln. Und das ist ganz gut, wenn die Stimmbänder gereizt sind, wenn man einfach auch Halsschmerzen hat. Und auch die Stimmbänder quasi vom zu vielen Kreischen oder sonst irgendwas. Einfach, wenn die Stimmbänder einfach gereizt sind. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich habe das früher als Kind immer ziemlich gehasst. Ich hasse es auch immer noch, aber es hilft halt echt gut, wenn man abends damit gurgelt und man hat einfach so richtig dolle Halsschmerzen und das hinten alles auch einfach ein bisschen eitrig ist. Dann ist es echt gut dafür. Ähm, wir hatten das eigentlich auch schon immer, glaube ich, in unserer Hausapotheke. Halt hier zu Hause spüren oder gurgeln. 10 bis 15 Milliliter verdünnen. Und dann etwa 30 Sekunden spüren oder quasi, ähm, ähm, wo war ich jetzt gerade? Äh, genau. Wir hatten das eben... Wo ist die Flasche jetzt hin? Ähm, ja, wir hatten das eigentlich schon immer, wie gesagt, zu Hause. Und, ähm, da drin ist Eukalyptusöl. Und, äh, jetzt muss ich das hier ablesen, weil das ist unaussprechlich. Levomethol, Asrubin und Hexetedin. Also Medikamente halt. Ähm, was ich ehrlich gesagt aber nicht gewusst hab, dass man das irgendwie verdünnen soll, weil ich hab damit über Purge gurgelt. Aber kein Wunder, dass es dann bei mir immer, äh, so gut funktioniert hat. Und dass die Halsschmerzen immer gleich weg waren, wenn man die Medikamente nicht verdünnt, ne? Ja, Sammy sollte man wissen. Nicht schmarrn, ich hab's natürlich verdunnt. Sehr schmarrn, sehr Quatsch. Ähm, allerdings, wie gesagt, wenn ihr Probleme mit dem Hals habt, wenn ihr erkältet seid mit den Stimmbändern, weil ihr irgendwie auf einem Konzert wart und irgendwie zu viel gekreischt habt, dann kann ich euch das hier wirklich nur empfehlen. Für eure Stimme. Ähm, sollte man immer in der Hausapotheke haben, wenn man so Probleme mit dem Hals hat. Ne? Äh, dann. Dann hab ich hier noch von Glisskur aufgebraucht, das Oil Nutri-Express Repair Spülung Spray. Und das hat gekostet 1,55. Und das Ganze hab ich, glaub ich, ja, jetzt erst aufgebraucht. Ich hab's aber, glaub ich, schon mal gekauft, 2015. Einfach, weil die sagen, dass es die Haarstruktur von den Haaren verbessert, so angeblich. Und das halt Öl ist und das war so milchig, so milchig, so, und oben war's halt so, so goldglitzernd und da hab ich mir gedacht, ja, muss ja funktionieren. Genau, ist auch Kreatin drin gewesen und 8 wertvolle Öle fürs Haar. Man sollte das halt ins Handtuch trockene Haar geben, durchkämmen und dann föhnen und dann soll das halt irgendwie so voll gut sein. Ich sag euch, 1 für 1,55 kann man nicht erwarten, dass das funktioniert. Und es hat auch nicht funktioniert. Ich zeig's euch hier nochmal. Das da war das. Das hat null funktioniert. Und wenn ihr ganz einfach an Mamas Küchenschrank geht und euch einfach ein Olivenöl in die Haare macht, wirkt das tausendmal besser wie das hier. Und eine Olivenölflasche bekommt ihr auch für 1,55 und die pflegt viel mehr wie dieser Schrott hier. Das hat leichte Kämmbarkeit, ja, vielleicht ein bisschen, aber ich hab ja das immer mit einem Tangle Teaser gemacht, für längeres und gesplisstes Haar. Ja, toll, meine Haare hat's nicht repariert. Meine Haare waren früher mal vielleicht hier bis zur Hüfte, mittlerweile sind sie hier. Ich kann euch immer nur empfehlen, wenn ihr irgendwas braucht, geht zu eurem Friseur, beziehungsweise, ja, kauft nicht so einen billigen Scheiß für die Haare. Das kann nicht funktionieren. Wenn ihr Fragen noch so zum Thema Haarpflege habt, dann moh und ich, wir werden irgendwann mal demnächst so ein neues Haarpflege-Teil-Video drehen. Irgendwann, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie da einfach in der Infobox, einfach was ihr für Produkte gut findet, ob ihr, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr selber Haare kämmt und, ja, schreibt mir das einfach hier unten. Und wir werden dann eure Fragen demnächst wieder beantworten. So, jetzt zum Schluss mal wieder was Schönes und vor allen Dingen was Leckeres. Einige von euch wissen, wer mir auf Instagram und Snapchat folgt, der weiß, dass ich regelmäßig, ja, Detox-Tee trinke. Also ein grüner Tee, der detox, also den Körper halt von Toxinen, also Giften befreit. Also ein Giftungstee. Da habe ich momentan diesen hier gehabt von Eilis, den Detox-Tee Broken. Da waren 20 Teebeutel drin. Habe ich jetzt immer auf der Arbeit getrunken. Die Packung ist leer. Hat gekostet 6,45 Euro. Ja, ist ein bisschen hochwertiger Entgiftungstee. Den ganzen gibt es auch billiger bei Rewe und Mesmer und so. Schmeckt wie ein ganz normaler grüner Tee, auch so. Also da ist halt grüner Tee und Brennnessel-Tee drin, weil das eben entgiftet. Brennnessel, grün. Ich lese es mal am besten vor, was hier drin ist, weil es ist ja auch von Ding zu Ding unterschiedlich. Hier ist drin eine grüner Tee-Kräutermischung mit Mate-Tee. Detox Broken. Eine frische Grün-Tee-Mate-Brennnessel-Mischung mit Ingwer. Ingwer entgiftet auch. Und ja, den habe ich jetzt immer getrunken. Und mir hat der sehr gut geschmeckt. Ich mag grüne Tees, ich mag auch Brennnessel-Tees und ich mag auch Ingwer. Ich habe den immer sehr gerne früh getrunken. Immer so kurz bevor ich halt in die Frühstückspause bin, beziehungsweise zum Frühstücken. So halt den Körper von Giftstoffen befreien und soll auch beim Abnehmen übrigens helfen. Für die Leute, die es noch nicht wussten. Genau. Und hier steht es nochmal drauf. 6,45. Da ist dann auch die Anleitung drauf. Habe ich jetzt im Eilis-Laden gekauft. Eilis ist jetzt hier in Raum Bayern in der Nähe. Gibt es in München. Das Zentrallager ist, glaube ich, in Nürnberg. Es gibt es in Fürth. Zu der Frage, ob ich mir diesen Tee hier wieder kaufe. Äh, ja. Ich hole ihn mir auf jeden Fall wieder. Ob ich mir noch woanders in einem anderen Feinkostladen, ja, einen anderen Detox-Tee noch kaufe. Ja, höchstwahrscheinlich. Ähm, falls ihr mehr zu diesen ganzen Detox-Tee-Geschichten, genaue Inhaltsstoffe abnehmen mit Detox-Tee wissen wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Dann mache ich ein spezielles Abnehmen-Video für euch. Beziehungsweise auch nochmal speziell eins über diesen Tee, wenn ihr das haben wollt. Einfach gesünder leben mit Detox-Tee oder irgendwie sowas. Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Und ich wollte euch eine Sache zeigen. Äh! Ich schmeiße wieder alles um. Ich habe mir ein Freiplex gekauft und zwar jetzt die Nummer 1. Das ist einfach zum Haare färben. Dadurch wird die Haarstruktur verbessert. Und ja, ähm, das ist genau das Gleiche wie Olaplex. Das sagt bestimmt einigen Leuten von euch was, Olaplex. Und das ist halt genau das Gleiche halt nur von der Firma Schwarzkopf. Ich bin übernächste Woche am 17. glaube ich dran, an einem Montag, ähm, wieder mit Ansatz nachfärben. Und wir werden das das erste Mal testen. Soll halt die Haare nicht so sehr schädigen. Und soll halt die Haare kräftigen und beim Wachsen helfen. Und ich denke, ich werde da mal einen Blog von machen, wenn wir das dann das erste Mal beim Mo testen. Ich habe wirklich tierisch Schiss. Und dafür habe ich jetzt, das sind 500ml, ähm, dafür habe ich 52 Euro ausgegeben. Und ja, ich hoffe, dass das wirkt. Und ich hoffe, dass meine Haare wieder so schön lang werden wie früher. Lasst es mich auf jeden Fall wissen, wenn ihr auch so einen Viplex-Vlog haben wollt. Und ja, das war es eigentlich jetzt schon wieder. So zum Thema Aufgebraucht im August und September. Und neu gekauft. So kurze, versteckte Info. Ich habe jetzt auch relativ spontan gedreht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, jetzt kommt in der nächsten Zeit wieder mehr für euch. Bis dann, meine süßen Unicorns. Ich freue mich auf Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat, eure lieben Kommentare. Und ich wünsche euch ein schönes, verlängertes Wochenende. Bis dann, meine süßen Unicorns. Tschaui.